Ich fahr jetzt einfach vorwärts Obwohl Klemm mich doch nicht fest du Lappen Ey da ist ein Speed Da ist ein Speed Einfach den Yolocharistian Digger Der Yolocharistian Der Yolocharistian Get up, get down with the face and sound Hakuna, mein Tata meine Freunde und seid herzlich willkommen Wir haben hier ein Italy RSX Skilltest Ich glaube das ist sogar eine relativ neue Karre Sie glänzt Ich glaube nur 10% gemeinsam Mit Flo, Aris Und Deko Was geht ab? Hallöchen ihr Lieben Guten Tag Hasta Lama Reißen Nüsschen seien poliert Und ich habe gerade mal so ein TikTok Trend gemacht Mhmm Während der Anmoderation Ich weiß aber nicht ob es gesehen wird Ich war auf jeden Fall mieser Profi Kann ich schon mal sagen Ja Aris Nein Bruder Übrigens ist die Karre jetzt neu oder ist sie nicht neu Ja ist neu Ist sogar ein echt neu Wuh Ein echt sogar neu Alter kennst du jemanden richtig Profi-Mätig aus? Hallo 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 Schau hat er jetzt nach vorne oder was? Wer ist da vorne? No Komm wir gehen immer auf den Ersten Der Erste wird immer auseinander genommen Ich habe es euch gesagt Haben wir aktiviert den GTA Modus? Marvin gib Gas Bruder Nein Danke Bruder Ich liebe Dick Hallo Ey ich reiße dein Rektum auf Alter Ich liebe Dick Ohne Gnade Boah Oh Digga der kämpft nicht weiter nach vorne ne? Der kleine Lümmel da Wo ist er? Wo ist man denn in das Video? Okay ich war schon mal weiter Kack Wollte eigentlich Aris trollen aber Warum? Au Hallo Ja was für warum Weil du mich am Anfang auch getrollt hast Ja aber nicht mit der Absicht Alter Fede das wird jetzt Ja aber da Ehhh Also hier Ich hatte es in Morin und ich habe es euch gesagt und ich hatte recht Mann Deko Oh man Aua Aua Nein Ohohohoho Für Marvin runterramm Für der Deko zumindest AAAAAA MARVIN Was los? Es ist so klar alter immer leide ich unter sowas Hä? Ich hab dich nicht mehr gerammt bei mir Doch du hast mit dem Vorbeifahren runtergerammt Echt? Sorry Ja jetzt lass mich deinen Schrei machen alter Ey Jetzt ist Aris auch noch hier Hi Jetzt schieb Florian ARVIN Ja? Was ist los bluder? Digga Ideale Map für 4 Leute ohne Kontakt Äh mit Kontakt Perfekt Easy oder? Easy Nein 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 Ich war gerade richtig gedreht ey Ja besser ist Ich fahr jetzt einfach rückwärts Digga Ich fahr da rückwärts runter dann bin ich sofort richtig Nein ich bin zu schnell Nein ich bin zu schnell AAAAAA Ja wir hatten einfach eine Chance Marvin Eine Chance Oh fuck Esther wir müssen schnell wegramm los 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 Oh Okay Zehn Kilometer daneben Okay nein Er hat es Er hat es Du hat es Naja so ist einer weniger hier Aber ihr müsst immer rückwärts fahren am besten ne dann seid ihr sofort drauf Ist besser angenehmer Ja nur das war ein Spawn-Case Ja meine auch Alle Können wir sofort los fahren ne Oh Ja Ja Ist er runter ist er runter ist er Er kommt nicht er kommt nicht Nein Wow ich war zu schnell Oh Ärgerlich Digga Ärgerlich Oh das war schade Florian Was machst du denn schon wieder hier Ja was soll ich machen Äh schneller fahren Florian Schneller fahren Ah Ach schade Ehrlich also Das ist äh Unmöglich Sagen wir unmöglich glauben Jetzt kann Ares glänzen Einfach immer nur komplett nach hinten voran Vorwärts fahren Easy Punkt Erstmal geilen Schluck vom neuen Aim-Booster-Geschmack Hallo Na ich hab den auch gerade Boah Hallo Hallo Gute Map man kann einfach cheaten Lecker Ey Nicht cheaten Boxershorts Ne 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 Ich hab was für eine Ach Geile Map Ist das Und schafft das Rieche ich hier ein bisschen Salz Ist das Meerluft Oder ist das der gute Flo Er hat es Ares hat es Ares hat es Naja noch nicht Sagen Sie den Boxershorts Ja er fahrt weiter ne Also Ja 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 Niko hier NEIN MARVIN HALTER Alter Alter HALTER 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 Die ziehen schon direkt nach vorne Natürlich Warte ganz schön Erkennt ihr dass die Spirale falsch doppelt gebaut ist Diese hier Ja Sie ist versetzt gebaut Ja 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 Aber erkennt ihr das Ja natürlich Aber macht das irgendwas Ja 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 weil das Overload übersteht Nein das ist richtig Ach das ist richtig Okay Er hat verkackt Dann habe ich keine Ahnung Wenn die Stangen nicht gleich weit voneinander entfernt sind immer dann ist falsch doppelt Genau Und das merkt man auch krass im Grip Oh ja Ich merke hier gar nichts Oh mein Gott Was Einmal ein bisschen springen Ja das kriegen wir hin Ja okay das war ein bisschen zu hoch Hallo Mr. Ares Hallo Oh man Er hat auch verkackt Nice Okay fahr los fahr Wir beiden Auffahrtprofis Damit ich dich noch wegrammen kann Hallo Ha 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 Nein Dein Ernst Marv Nein Ey Und der kommt dran oder was Und vorwärts fahren Als ob er jetzt da rankommt Ahja Digga fast Digga Fast Okay aber machen wir jetzt wahr Um Zweimal springen jetzt ohne Nerven ja Machen wir ohne Nerven jetzt Wer nerf denn ihr wen Pack los hau ihn weg Los Tu es für mich Ej Nö Okay, jetzt troll ich auch nochmal Flo, wo ist er? Das ist nämlich das Lustige hier beim Trollen, ich sag's noch nicht, damit Flo auch nochmal drauf reinfällt, aber... Ich finde das ist ein sehr schöner Punkt zum Trollen hier. Ach du meinst, dass man sofort rausflippen muss? Kuah! Ja. Du Dreckiger! Oh schade, das hat bei Marvin und bei Aras geklappt. Ja, ich bin nicht dumm. Dass die dann zu schnell waren. Warum Sportmann rückwärts? Hat das sowas zu bedeuten? Ich fahr jetzt einfach vorwärts. Obwohl... Klemm mich doch nicht fest, du Lappen! Boah! Ey, du hast den Speed! Du hast den Speed! Ey! Einfach den Yolocharistian, Digger! Der Yolocharistian! Der Yolocharistian! Ich hab's geschafft, Bruder! I did it! I did it! Mixed it! Oops, I did it again! I did it! Ey, wenn wir uns hier nicht trollen, ich glaube, dann ist das auch relativ einfach possible, Bro. Easy. Ja, bestimmt. Wenn wir uns nicht trollen. Aras, ich hätt gern... NEIN! Diko did it! Hey! Diko did it! Du bist so ein Sack! Diko did it! Sonst hätt ich mehr kackt. Es tut mir leid. Ja, wow! Das machen die. Das machen die Geister! Oh! Hi Diko! Nein! Warte! Komm doch nicht! Komm doch nicht! Kann ich einfach... Komm doch nicht, Maffi! Komm doch nicht! Jetzt mach doch hinne da! Ja! Ich muss dich erst mit der Position bringen, dass ich losfahren kann wieder! Digga, Flo ist hier! Jetzt muss ich Angst haben! Ich mach nichts! Ah! Nein! Wir sind jetzt friedlich! Digga, der Punkt ist Assi, Alter! Oh nein! Also die Stelle da! Der Punkt nicht! Die Stelle! Okay, wir machen jetzt... Passen Sie auf, fahren Sie langsam! Nein! Alter! Nein! Nein! Was? Alter, Junge! Den Aris hat richtig das Karma weggeflankt, ey! Ey, das ist nicht wahr! Alter, mit dem riesen Karma-Schwängeln in seinem Gesicht! Alter! Das war maximal Karma! Alter, da fahren wir skillig, oder? Das hast du dir... Ich hätte nicht gedacht, dass es klappt! Du hättest es dir eigentlich so krass verdient! Leu im Magen fährt einfach übers Nichts! Pass auf, ich komme! Ich komme, Marco! Hat der... Hat der gute Flow auch verkacket? Hallo! Ne, natürlich nicht! Doch! Oh! Karma! Okay, und... Konzentrieren! Ab geht's! Ja, wieso machst du das überhaupt? Warum bist du so ein schlechter Mensch? Hä? Sagst gerade du? Ich habe nichts gemacht! Oh! Alter, du bist gespielt! Du bist ein... Einem Ding, Alter! Äh, muss ich hier noch drehen? Äh... Ja? Ich habe Angst, dass hier jetzt wieder ein Speed ist! Ich habe Angst, dass hier nicht alles ausgekackt hat! Warum? Das sieht schön aus! Warum? Weil... Zum zweiten Mal... Zwei Füge! Nein! Ich habe alles verkackt! Oh mein Gott! Fast heruntergefallen! Oh nein, komm! Jetzt nicht mehr verkacken hier! Ich hab eiskalt den Wal-Ride-Wechsel verkackt, ne? Ich hab eiskalt den Wal-Ride-Wechsel verkackt! Alles drauf von vorne, der Alpaste. Da ein böser Wal-Ride-Wechsel ist das ganz normal. Nein, das ist ein ganz normaler Einfacher, ey. Oh, weg mit dir. Ey, gib doch einfach Gas, Aris. Ja, würde ich ja gerne. Oh, ey, warum? Aris, gib doch Gas. Danke. Ich mach das jetzt auch safe mit Zwischenstopp hier. Oh, warum, Digga? Warum, ey? Warum? Mein Leben, ey. Mein Leben. Warum? Oh. Nein! Oh, 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 oh. Fahr doch! Kann ich mich jetzt? Ich kann jetzt vorwärts fahren, ne? Ja, ja, da kannst du vorwärts fahren. Okay, Brudas. Ganz chillig drehen, ganz chillig drehen. Fahr doch! Oh, nein, 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 nein. Okay, was kommt da? Digga Flos auf jeden Fall ein Master, Alter. Guck mal, wo ist der Punkt, ey? Nein. Okay. Egal, wir fahren, Muchachos, wir fahren. Wir fahren, wir fahren. Uh! Fass dich auf, hat schon verkackt. Hallo? Man kennt ihn. War right, Rexel! Möwe! 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 Oh, schmoof Möwe! Schmoof Möwe! Schmoof Möwe! Hallo, ey! Ey! Nein! Ey! Ey! Als ob links falsch ist. Als ob man rechts lang fahren muss. Ah, als ob er links lang fährt. Was für ein Trottel. Ei, was ist das für ein Scheiß. Muss er nochmal alles in vorne machen? Ja, er ist doch schon durch. Was sind Lappen, ey? Ja, Moment. Ach, Digga. Wo soll man denn wissen, dass man rechts... Wollte ich trollen, Bruder? Wieso bist du jetzt schon durch? Oh nein, es klingelt. Oh, fuck! Ja! Bin gleich wieder da? Jo. Ich auch. Denn ich muss aufs Büro. Also, Muchachos. Sie haben es alle gehört. Marvin kommt gleich. So, was ist denn da hinten? Einfacher Wallridewechsel oder was? Easy. Einfacher Wallridewechsel. Sonst nichts. Okay. Ah, jetzt mal... No Jokes. Deine Auffahrten sind schon interessant. Oh. Ah, okay. Alter. Alter, 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 alter. Komm doch jetzt hier nicht ins Schlingern. Was ist da los? Okay. Habs. Ah, NEIN! Stopp, Shield. Hallo. So. Was ist das hier? Bäm, 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 bäm. Kleiner Tipp. Ups. Links ist zu. Hinten beim Busch. Hinten beim Busch. Ja. So, Troll. Okay. Das war so klar. Hm. Es war so klar. Hier einfach runter, ja. Okay. Hauli. Ich hab mal kaputt. Ich hab mal kaputt. In sich von den Lieferanten hauptsnehmen zu lassen. Muss aber ein großer Schrappisch da. Und ein großes Ding von den Lieferanten, sonst wären wir schon fertig. Wahrscheinlich sogar mehrere Lieferanten. Null! Null! Alter! Und hat's weh? Oh ich kann die nicht mehr. Alter! War das so anstrengend den Lieferanten beim Zuhören? Waren's also mehrere? Also, mein höhenverstellbarer Tisch ist da, ich schon 5 Euro zur Seite gesucht, so kann ich ihn gleich fett in die Hand drücken, fürs Hochtragen, es klingelt. Denk so, wieso kommt keiner nach oben? Klingelt wieder, ich so, ja? Frauenstimme? Ihr Paket unten führte sie! So, oh nein, auch noch eine Frau, die kann mir doch nicht so helfen. Ich geh nach unten, vier bis fünf, ich glaub vier Pakete, fünf, aber, aber eigentlich, muss man sagen, alle hochgetragen in den vierten Stock. Digga, die waren so schwer. Die waren so schwer. Hatte die Frau irgendwie Spielzeuge dabei, oder warum ist es so außer Atem? Muss ja echt gut sein. Die Frau hieß Herrmann. Und Dankeschön fürs Runterkick an dieser Stelle, Ere geht raus. Ja, ging nicht anders, ich musste an dir vorbei, weil ich verkackt habe. Ja, dann, links noch falsch, ne? Ja, fahr das so, fahr das so. Ja, links ist zu. Also, war das schon falsch, ne? Nee, rechts ist zu. Rechts ist zu, du bist falsch. Oh, scheiße, nein, 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 nein. Okay, also links, ja? Ja. Den ersten, ja. Wer ist es doch, ja? Naja, dann müsst ihr am zweiten, müsst ihr an rechts. Weiß nicht, ob ihr mich trollen wollt. Du bist falsch gefahren. Nein, ist er nicht. Ah, doch stimmt, ja, okay. Digga, lost. Von ganzen Ares trollen bin ich jetzt schon, ich schon lost. Ist Floro schon ins Ziel gefahren, oder wie? Ja, ja. Geil. Ja, ich war zuerst da, muss man sagen. Könnt ihr mich ficken? Digga, meine Seele ist schon aus dem Körper gewandert. Aber der kommt doch mit Hajuken runter. Hajuken! Haduken! Was machst du denn da jetzt? Jetzt respawn doch, das geht schneller. Ey, aber ist hier komplett mit verfickten Behinderten zusammen, oder was? Das war schon ein bisschen hart, Marvin. Ja, das war schon ein bisschen hart. Das muss Tobi eventuell sensieren. Alter Schwede. Marvin hört mal ja selten so aus, was ich ja. Weil ich im Gegensatz zu Deko noch einen Nachbarn habe. Was ist das für ein verfickter Bastard, der neben uns wohnt? Hohoho, Alter! Ich glaube, Marvin hat doch bis jetzt nur einmal in irgendeiner Folge Hurensohn gedroppt. Das habe ich noch nie. Das H-Word ist verloren bei mir. Doch, das weiß ich, das weiß ich sogar noch. Da seid ihr irgendwie Parcours auf solchen Toren gefahren und dann ist irgendwas passiert. Ja. Oh ja, Marvin. Das hast du tatsächlich mal gebracht. Ja, der Mann, der sich selber gerne so rein darstellt. Oh, seid ihr alle schon im Ziel, oder was? Ist das euer Ernst? Ja, wenn du uns hier eine halbe Stunde warten lässt, Alter, was sollen wir machen? Habst du, ihr cruist auch eiskalt alle komplett weiter, anstatt irgendwie mal ein bisschen zu warten? Habst du die Cruiser einfach schon alle im Ziel, wenn ich wieder da bin? Hä? Es ist noch ein Ding, dann bist du auch da. Achso, hier so wahrscheinlich. Rückwärts. Einmal drehen. Ich guck mal, ich guck mal auf. Mal live, be like, uhhhhh! Uh eher, 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 uh eher. Mal live, be like, uh eher eher, uh eher, uh eher. Oh, das Arschloch! Alter, das sieht ja richtig geil aus! Ja, ne, fand ich auch. Also du bist leave! Erster, hallo. Hey! Der zweite. Völlig verdient. Nun kommst du wieder Ich glaub du brauchst den Speed ein bisschen Partner geht vor Doktor Alexander Markus Stoppschild Arschloch Doktor Alexander Markus Stoppschild Arschloch Danke auf jeden Fall Hoffentlich komm wieder Alle sind schon vor dem Ziel Dann cruisen einfach alle ins Ziel rein Also das hab ich jetzt nicht so ganz verstanden Aber gut Ein bisschen Sport gehabt in der Aufnahme Ist auch mal gar nicht so verkehrt Wenn es euch gefallen hat Ja Daumen nach oben brettern Und schaut auf jeden Fall nicht bei Flo vorbei Bei Aris könnt ihr Flo vorbeischauen Daumen nach oben Weil ihr müsst dann reingehauen Schaut bei mir vorbei Ciao, ciao Ciao, ciao 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 Ciao